Hoi, ich bin Dario, ich arbeite bei der RWT als Netzelektiker und heute zeige ich euch mal, wie so ein Alltag bei mir aussieht. Komm mit! Also die Haupttätigkeiten von einem Netzelektiker sind hauptsächlich die Freileitung, die öffentliche Beleuchtung und der Netzbau, das heisst Hausanschlüsse und die Traufstationen. Etwas Besonderes an meinem Beruf ist vor allem, dass wir im Team arbeiten, dass wir v.a. draussen sind und dass man ziemlich immer mit Maschinen arbeitet. Das Coole an der RWT ist, dass man sehr viel selber macht, also dass unsere Firma so ziemlich alles selber macht, z.B. Pläne selber erstellen und andere viele Sachen und dass unsere Firma ein guter Team zusammenhält, das finde ich auch selber. Wenn du die Lehre machen möchtest, dann solltest du die Freude an der Elektrotechniker, du solltest ein Teamplayer sein, das heisst mit anderen zusammenarbeiten können und du solltest wetterfest sein. Das Spezielle an der Firma RWT ist, dass man von der Planung bis zur Ausführung alles selber macht und ich selber als Lehrling und darf auch bei allen Schritten dabei sein. Wenn ich deine Interessen für den Prüfnetzelektriker geweckt habe, dann bewirb dich jetzt bei der RWT zum Patzen heute.